ja hallo und herzlich willkommen werbe sagte gerade sie kann nicht mehr tragen von daher würde ich sagen wir gehen zurück oder fahren zurück bewegts öffentlichen graslandschaft mine das werden wir auf jeden fall machen weil das ist ja dann die mine und da kriegen wir neue sachen raus und das ist schon mal freue ich mich schon mal sehr drauf wir müssen erst mal so ein bisschen hier uns machen und daher hat sich die fahrt schon gelohnt also ich habe das nicht mehr gemacht fahren wir fahren erst mal zurück glaube es war hinten lang ja hier ist noch ein bisschen was los aber die stadt ist komplett neu die gefällt mir halt richtig gut genau hier sind wir am theater und so weiter und dann fahren wir links muss weiter ist jetzt nichts wir fahren richtung pace wir müssen uns mal mehr machen also hier kriegen wir gut was hat die frage ob wir mal unsere rucksäcke ein bisschen wie wir mehr tragen können werbe kann mehr tragen durch leveln die rettungsschimmerin hätte ich gerne noch mit wir können glaube ich immer noch mit einer spielen ja nicht ich glaube ich glaube ich glaube das skins naja schon gut aufgeräumt wird haben wir noch halb voll haben wir hier auch noch einiges drin ja müssen wir gleich mal ein bisschen da ist nix mehr drin t okay dann können wir weiter fahren hell war früher auch interessant eigentlich konnten wir gut durch so viel loot wir müssen sortieren das ist halt das wichtige und wie gesagt neuen loot den park kriegen wir in der mine da gibt es das neue erz aluminium glaube ich das dann womit wir dann dementsprechend auch ist den kaputten eigentlich nicht mal gucken wie wir ein neues motorrad kriegen was wir dafür brauchen es gab ja noch ein paar sachen noch ein paar motorräder und dann auch auto spielt also panzer mäßig gab es da auch wenn man da kisten drauf packen könnte wäre es auch interessant jetzt erst mal zurück euch auch schon auf die nächste welle aber das ist noch ein zwei drei folgen hin weil wir sind sehr früh jetzt um 8 uhr dafür kriegen wir halt mal was geschafft das finde ich halt gut also wird noch ungern die zeiten verkürzen wer hat gegessen wie er auch langsam alles wieder an gesundheit was ja du nimmt gerade von geschwärmt dass wir gegessen haben noch mal gucken was wir kochen können ich denke mal die fallen werden auch voll sein die haben wir jetzt ziemlich lange vernachlässigt das ist die forschungseinrichtung sehr schön da ist unsere base da leuchtet alles leuchtet alles nein du musst nichts fallen lassen also hier ich glaube das war f immer da kommt wir hatten bestimmt ein paar sachen Sind wir hier die bücher drin? nein hier haben wir essen drin Das mit hier reinpacken. Das ist Motoröl, ok. Genau hier haben wir Bücher drin. Was ist das denn das Spindel? Hier die Waffe möchte ich gerne behalten, die kann weg. Die müssten wir aufleveln hier. Okay. Lassen die Waffen erstmal weg. Hier haben wir noch so viel drin. Die ist einzigartig, die lassen wir mal. Das machen wir weg. Vielleicht können wir das Punkt-Visier aufs Ding packen. Säge, Klemme. Die können wir uns gleich holen hier. Säge, Klemme lassen wir eben zerlegen. So, einmal das zerlegen. Das nein, das ja. Das auch hier. Ne, Messer nicht. Ne. Oben. Das hier noch nicht zerlegen. Jetzt über uns runter. Ich sehe es gerade nicht. Ne, da kommt es erst runter. Ja, ok. Irgendwo da. Die Richtung Stadt. Da sind wir aber gerade erst weg. So, jetzt müssen wir mal gucken. Die zwei Waffen können auch noch zerlegt werden. Zwei Waffen. Die können wir zerlegen. Und die können wir zerlegen. Ok. So, sortieren. Das, 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 das. Ein Bogen. Großes Server mal. Ja, und Messer. So, ich würde gerne mal gucken. Ob wir neu schmieden. Ob wir. Ne. Hier können wir. Was ist das? Aluminium machen. Ok. Da will ich immer sparsam mit sein. Aber wir können hier eventuell. Ne. Ich glaube das ist hier. Ja. Ja. Die. Was brauchen wir für Federn, ne. Verarbeitete Federn. Schauen wir mal, ob wir das drauf kriegen. Vielleicht als erstes machen. So. Hand gemacht. Teile. Zack. Schauen wir das da drauf, ne. Ok. Das ist gut. Ok. Schauen wir. Federn drücken. Und wir können erstmal noch zerlegen. Das zerlegen. Das zerlegen. Das zerlegen. Das zerlegen. So. Ja. So ein bisschen was auch zerlegen. Das nützt ja nix. Federn. Ach guck mal. Hier haben wir drei Federn. Was sind das für Feder? Adlerfedern. Was hast du denn eigentlich dabei? Kannst du mal behalten. Max. Das. Das. Bogen. Wenn du damit mal arbeiten willst. Ok. Level 30. Wird sie erst besser. Ah, die hat auch noch. Ah, ok. Sie hat noch drei Federn gehabt. Das ist gut. Dann können wir, glaube ich, hier handgemacht trimmen. Dann machen wir mal. Nehmen wir mal. Äh. Die drei. Ölendfedern. Trimmen. So. Dann können wir hier nämlich nochmal. das aufwerten. Und das aufwerten. Ah, ok. Okay. Dann füllen wir nochmal trimmen. Machen wir's. Komm. Für die Waffen, ne. Die sind ja gut. Gern. So. Dann hier einmal. F rein. So. Ok. Das ist F-Säge. Für. Okay. Mal gucken, ob er das nicht für unsere Schlagstock und so nehmen könnte. Und das ist für. Nachkampfwaffe. Okay. Die Dinger. Erstmal hier rein. So. Jetzt ist er handgemacht. Trimmen. Handteilen. Einmal hier gucken, was wir hier rein machen können. Gar nichts, ne. Und da hat ja hier gar keiner. Der hat hier schon was. Okay. Dann haben wir den nochmal. Der Schaden. 48 Schaden. 35. Das macht schon gut. Schaden, ne. Aber leider hat er keinen Platz drin, ne. Hier reinmachen. Teildämpfer und sowas haben wir alles nicht. Okay. Äh. Säge. 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 Ja. Packen wir das nochmal hier rein. Teilher. Okay. Jetzt ist sie wieder. Geh doch mal weg da. F. E. 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 Mit dem Buch. Ja. Können wir hier rein packen. Sehr schön. Da hat er auch drin. So. Ja. Lass mal gucken. Jetzt habe ich hier. kurzwaffen munition brauchen auch für die brauchen wir ist holen tour kit würde ich immer eins mitnehmen zwei okay und dann brauchen wir hier kurz ist das kurzwaffen munition gewehr das könnte ding sein schutz und gewehr oder es ist wohl okay das ist die maschinenpistole okay das nicht das andere ist dann auf zu legen kann man das reinpacken aluminium machen das muss man hinten neu machen da was neu ist da jetzt nicht muss ich hier mit rein ja doch könnte sein fast noch mit den dingen beschäftigen ich weiß gerade nicht wo für die maschinenpistole das ist immer hier ein das heißt wir sind wieder ganz gut leer werden im dings noch was wird ja auch mal dazu dass wir ein bisschen was aufräumen hier wir haben noch im motorrad einiges wir können auf jeden fall jedes mal aus machen was heißt hier noch und pistole das äh ja 400 nehme ich mal mit hoch so viel braucht man nicht hier glaube ich wir bekommen ja immer neues dann haben wir jetzt hier die das nicht das nicht das nicht das nicht das nicht aber irgendwo ein aluminium bacher schon wieder rauskriegt sehr cool Was? So, irgendwann haben wir jetzt hier auch Benzin gehabt, ne? Nein! Moment, um Schießpulver, aber das ist ja dann eher. Moment, okay. Okay, dann haben wir das alles drin. Ist jetzt Benzin drin, oder? Oh, hier mit rein. So, wir gehen mal entkochen. Ich hoffe, dass wir das kochen können. Ähm. Nicht super viel, ne? Wir müssen auch direkt was essen. Sehr schön. Boah, da haben wir schon wieder fast die Folge rum. Aber es ist wichtig, dass wir hier auch mal ein bisschen uns leer machen, dass wir was auffüllen. Hier mal zumachen. Ist halt auch super wichtig. So, dass wir hier auffüllen. Was ist das denn? haben wir so ein bisschen aufgefüllt hier drüben noch mal ernten dass wir das auch haben zwölf stunden zwölf zwölf da hinten ist ja ruhig mal gucken ob wir hier was rauskriegen f ja alles neben t und und erneuern anwartungskiste ok überlegen let's play zu machen für das jagen da lust drauf habt dann schreibt es gerne mal in die kommentare das kann nicht sein dass andere trifft nicht euch aber vielleicht interessiert es euch auch oft bei ok was wollte mir jetzt hier machen soll diese kiste diese hatte ich hier nicht ich glaube die war hier oben aber die mussten wir hier machen so sagen wir zehn uhr weil das frühstück und dann kann es losgehen was ich auch noch gucken wollte ist hier fahrzeuge hier braucht den motor den motor kann man glaube ich noch nicht noch auch den motor okay und lassen wir gucken was wir mittlerweile forschen können machen heute hier die folge zu ändern also was wir heute noch forschen können und zwar fähigkeit wäre dann das wo finden wir das dann parkhaus ok das ist grasland ok wenn wir ihr grasland vielleicht kriegen wir es noch hin so jetzt gucken wir hier rein ich habe irgendwas alles mitgenommen hat also so so f ist nämlich das richtige so ok ein bisschen was an F und dann haben wir Kaninchenfell und das können wir auch hier reinlegen haben wir das auch schon mal aufgefüllt hier hinten nicht runter die beiden noch erneuern da muss man mal gucken welches Parkhaus gemeint ist aber ich denke mal da werden wir noch hinkommen östliches Graslandschaft und das andere war ja auch östlich wenn wir da ein Parkhaus sehen passt ja dann von daher ich hoffe euch hat Spaß gemacht mir auf jeden Fall wir haben eine super coole neue Waffe Munition doch hier Kurzwaffe Maschinen war das jetzt Kurzwaffe oder was war jetzt für Waffe Maschinenpistole ich glaube wir mussten Kurzwaffe, Maschinenpistole Sturmgewehr Mösser, Mini Scharfschutz welches ist jetzt doch Kurzwaffe Sturmgewehr Scharfschütze Rot Kurzwaffe Ja doch So da kann man hier nochmal ein bisschen was herstellen 1, 2, 3 Okay Kurzwaffe 97 Okay Und Maschinenpistole auch Na hier haben wir das Und hier haben wir jetzt das Sehr gut Na Bärbe Sag tschüss Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder wenn ihr mögt Bis dahin Tschüss 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 Vielen Dank.